Wir fahren immer nur dieselbe Schiene, wie ne Maschine und wir sind nur ne Nummer im System, doch wir sind unbequem, ihr sagt. Hey liebe Fürterinnen und Fürter, hier ist Mello Mark und ich empfehle euch, checkt doch mal am 1. Juni auf Fürth TV, das Online-Festival Grün ist die Hoffnung, supportet die ganzen lokalen Künstler und helft euch gegenseitig, auch in Fürth, überall, damit wir diese Zeit gemeinsam überstehen. Ich unterstütze euch auf jeden Fall von hier aus, Mello Mark war hier und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dem Grün ist die Hoffnung Online-Festival von Fürth TV. Happy Morning